Hallo Ja, willkommen. Wie der Titel schon sagt, wollen wir uns heute um Olomitsäure, Energiezellen kümmern, damit wir vielleicht anfangen können Batterien zu bauen und dann Solarmodule. Genau, dafür habe ich schon den Fountree offen. Oh Gott, ist das viel. Visualization. Heilige Kacken. Ja, und ich will auch noch ein paar andere Fabriken bauen. So, dass dann hier am Ende will ich eigentlich immer auf einer bestimmten Höhe rauskommen oder hier unten alles wegbomben. Da bin ich mir noch unsicher, so dass wir von unten eine Verkabelung haben oder von oben. Irgendwie sowas. So, aber wir können jetzt die nächste Forschung machen. Dann würde ich hier Lada dritte Reihe einrichten. So, aber ich habe jetzt hier schon, ähm, ich habe ein bisschen nebenbei Forschung laufen lassen. Und hier nebenbei noch ein paar Sachen gemacht, ähm, was mich aber viel eher interessiert ist. Ich glaube, wir machen mal unsere Steam-Production vorher. Kann ich hier Biomass? Nee, Biomass geht nicht. Okay, aber irgendwie können wir aus, ups, ein Gewächshaus bauen. Da kommt irgendwie Wasser rein. Ja. Ich glaube, das gucke ich mir jetzt einmal an. Okay. Okay. Alle 60 Sekunden kommt eine Biomasse raus. Und was? Das finde ich nochmal eben draus finden. Was können wir denn mit den... Oh. Ah, da können wir direkt hier pflanzen, anpflanzen, pflanzen, anpflanzen. Ja, ist klar. Okay. Ähm. Okay, also. Ich will mal gucken. Brennwert. Wie lange braucht die Verbrennung einer... Aber dann könnte man hier ein paar Gewächshäuser bauen. Okay. 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 Das ist ein bisschen zu krass. Da müssen wir dann doch was anderes machen. Haben wir denn noch irgendwelche anderen? Hier kommt Wasser raus. Hier kommt Wasser raus. Hier kommt Dampf raus. Und was ist, wenn wir... Ich glaube, wir machen als erstes flüssig Treibstoff. Hier kommt man... Soll ver sein. Das ist... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann machen wir bis hier und machen hier unten unsere Ölproduktion. Forschung fertig. So, dann machen wir doch einfach... Das war's für heute. So... 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 So, ich will nämlich die zentralen Wege hier... Also... Das soll straight up gerade in die Richtung gehen... Und links und rechts hiervon sollen Maschinen sein. So, ich will noch einen kleinen Moment... So, ich habe Nachrichten bekommen... So... 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 Das war's. 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 So. Das war's. Oh. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Okay. Okay, also. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Okay. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. 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 Das war's. Okay. Das war's. Okay. So, okay. Okay. Das war's. So, okay. So, dann holen wir uns. Das war's. Bye. Bye. Okay. 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 chemischer Verarbeiter. Okay. Oh, okay. Okay. Wasser. Nice. Okay. 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 So, okay. So, okay. So, okay. Pack, okay. 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 Okay, alright. Okay. Okay. Ahem. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott, zwölf. Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Nice. Okay. Okay, dann will ich... das Zeug hier rüber fahren. zwölf. Zerkleinerer brauchen wir... Okay, okay, dann bringen wir... Ja, die Industrie... sieht schon nice aus. Das war's für heute. Okay, das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das war's für heute. Okay, das war's für heute. Oh. 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 Oh.